Kehling ist ein deutscher Althistoriker und Numismatiker. Leben Kehling, Sohn des Genetikers Udo Elling, studierte Geschichte und klassische Archäologie an der Freien Universität Berlin, wo er den akademischen Gratis Magisteratium mit der Arbeit zur Geschichte und politischen Programmatik weströmischer Usurpatoren erwarb und 1998 mit der Dissertation Die Münzprägung der mysischen Stadtgämme in der römischen Kaiserzeit promoviert wurde. Von Januar 1999 bis Januar 2000 war er Assistenzkurator an der Kunsthalle Düsseldorf, wo er am Ausstellungsprojekt das fünfte Element Geld oder Kunst mitarbeitete. Von Oktober 1999 bis März 2002 war er wissenschaftlicher Mitarbeiters an der Universität Duisburg bei dem DFG-geförderten Projekt Gottheiten und Kulte als Indikatoren von Akkulturationsprozessen im Ebenen Kilikin von Ruprecht Ziegler an. Von 1. März 2002 bis 31. Mai 2007 war er an der Staatlichen Münzsammlung München als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seit dem 1. Juni 2007 ist er dort Konservator für griechische, römische und keltische Münzen sowie antike geschnittene Steine. Seit 1999 ist er Lehrbeauftragter für alte Geschichte an der Universität München und wurde 2005 mit der Arbeit Untersuchungen zur Geschichte der Späten See Lückenden, vom Tode des Antiochos IV. bis zur Einrichtung der Provinz Serie unter Pompejus an der Universität Augsburg habilitiert. Am 13. Juni 2013 wurde er zum außerplanmäßigen Professor an der Universität Augsburg ernannt. Seit 2006 ist er Redakteur des Jahrbuchs für Nomismatik und Geldgeschichte. Schriften, mit Jürgen Harten, das fünfte Element Geld oder Kunst. Ein fabelhaftes Lexikon zu einer verlorenen Enzyklopädie. Kunsthalle Düsseldorf, 28. und 20. Januar bis 14. Mai 2000. Düment, Köln 2000, ISBN 3-7701-5043-0. Die Münzprägung der mysischen Stadtgämme in der römischen Kaiserzeit. Habelt, Bonn 2001, ISBN 3-7749-29947. 7. Punkt. Mit Marion Mayer, Daniela Pol, Mustafa Sayar und Ruprecht Ziegler. Kulturbegegnung in einem Brückenland. Gottheiten und Kulte als Indikatoren von Akkulturationsprozessen im Ebenen Kiel-Ikien. Habelt, Bonn 2004, ISBN 3-7749-3296. 4. Untersuchungen zur Geschichte der späten See-Löcketen. Punkt. Vom Tode des Antiochos IV. bis zur Einrichtung der Provinzserie unter Pompejus. Steiner, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-5150-90353. Punkt. Mit Matthias Barth. Was ich schaffe ist mein Reich. Das Medaillenwerk des Münchner Künstlers Karl Roth. Mit einem vollständig illustrierten Katalog auf CD-ROM. Staatliche Münzsammlung München, München 2008, ISBN 978-3-922840-237. Mit Gregor Weber. Konstantin der Große. Zwischen Soll und Christus. Von Zabern, Darmstadt, Mainz 2011, ISBN 978-3-8-053-4292-6. Konstantin 312. Staatliche Münzsammlung München, München 2012, ISBN 978-3-9228-4-0282. Mit Gregor Weber. Hellenistische Königreiche. Von Zabern, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-8-053-47587.